Wie viele Auftritte haben Sie denn gemacht und welches Publikum konnten Sie ansprechen? Ja, wir haben, man kann sagen, mindestens einmal die Woche einen Auftritt gehabt. Und das Publikum war in den Heimathäusern, eigentlich die Umgebung von diesen Heimathäusern. Ja. Welches Verbreitungsgebiet hatten Sie? Vor allen Dingen das südliche und nördliche Emsland. Und wir waren einmal nach Hannover gefahren und haben da ein Stadtfest mitgestaltet.